Ich weiß, wie schwierig es ist, online die richtige Farbe der Foundation zu finden und deswegen habe ich für euch heute ein paar kleine Tipps und Tricks, wie ihr online die richtige Farbe finden könnt. Und falls ihr eine nicht ganz so gut passende Foundation-Farbe zu Hause habt, zeige ich euch, wie ihr sie ganz, ganz einfach ändern könnt. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es sehr, 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 sehr faktisch, aber ich weiß, dass viele von euch genau dieses Thema interessiert. Ich hatte es euch neulich schon einmal angeteasert, dass ich so ein bisschen an einer kleinen Technik gearbeitet habe und ich glaube, ich habe eine sehr, sehr gute Lösung dafür gefunden und die möchte ich euch heute mit auf den Weg geben. Ich möchte euch zeigen, wie ihr die richtige Foundation-Farbe finden könnt, wie ihr dafür sorgen könnt, dass eure Foundation fast immer ein Treffer ist und falls doch mal was schief gelaufen sein sollte, ihr mit wenigen Tipps und Tricks das Ganze einfach anpassen könnt. Und dafür habe ich meine liebste Foundation von Neo Makeup hier. Dieses Video entsteht auch in Zusammenarbeit mit Neo Makeup. Ihr wisst es, ich benutze die Produkte schon eine ganze, ganze Weile seit Ende letzten Jahres und die Foundation ist mittlerweile fast leer. Eine große, große Empfehlung von mir und es gibt, und das ist die Inspiration gewesen, auch Tools jetzt von Neo Makeup. Die zeige ich euch aber im Laufe des Videos. Ich glaube, das typische Problem beim Foundation kaufen ist, dass man a. nicht weiß, welchen Unterton man hat und b. die Farbintensität der eigenen Hautfarbe nicht ganz einschätzen kann. In der Drogerie ist es nochmal ein bisschen was anders. Da kannst du einfach wirklich hingehen, dir eine Farbe nehmen und am Hals swatchen. Bitte hört auf, eure Foundations an den Händen zu swatchen. Meine Hand hat nicht andersweise dieselbe Farbe wie mein Gesicht. Macht es am Hals, geht Klopapier, geht Spülmittel und geht, weiß ich nicht, Katzenfutter kaufen und kommt dann wieder zur Makeup Theke und schaut, welche Farbe hat vielleicht oxidiert. Geht vielleicht auch einmal raus. Oder ihr nehmt von zu Hause eine Foundation mit auf eure Hand, blendet die schön ein und könnt dann damit vergleichen. Das als stationären Tipp. Ich zeige euch gleich eine technische Version, wie ihr online die Foundation richtig treffen könnt. Ich will euch vorher aber einmal alle Farben der Neo Makeup Foundation einmal wirklich auch in meinem Gesicht swatchen, weil ich weiß, dass viele damit ein großes, großes Problem haben, online die richtige Farbe zu finden. Insgesamt gibt es aktuell gerade sechs Farben. Kleine Empfehlung von mir, wir passen das natürlich auch an. Die Intense Serum Foundation von Neo Makeup ist in drei Untertöne eingeteilt. Und zwar haben wir einmal warme Töne, wir haben neutrale Töne und kühle Töne. Warme Töne sind eher ein bisschen gelblicher, haben so einen, ja, fürsichfarbenen gelblichen Touch, passend dann auch zu eurer Haut. Neutrale Töne sind wirklich neutral. Die haben eher einen kühleren Ton und sehen auf den ersten Eindruck immer so ein bisschen gräulich aus, was aber täuscht. Also kühl heißt nur, dass der Blauanteil in der Foundation ein bisschen höher wird. Und dann gibt es noch die wirklich kühlen Töne. Kühl ist immer so ein bisschen gleichzusetzen mit Rosé oder wirklich bläulich. Ich swatche euch einfach mal alle Foundations in meinem Gesicht. Wir starten mit der 1 und das ist auch schon direkt ein kühler Unterton. Die 2 hat einen warm Unterton und da seht ihr, ne, also die sind von der Helligkeit auch unterschiedlich. Und gerade wenn ich sie jetzt im Vergleich einmal nebeneinander mache, seht ihr direkt einen Unterschied. Ich hole euch gleich nah ran. So könnt ihr den Unterschied schon ein bisschen besser erkennen. Die 3 hat einen neutralen Unterton und wenn man die Foundations nebeneinander sieht, dann erkennt man den Unterschied auch, finde ich, deutlich, deutlich besser. Die 4 ist wieder warm. Die 5 ist neutral. Aber ihr seht schon, ne, wenn ich das Licht ein bisschen wegdrehe, dann seht ihr diese Farbunterschiede deutlich besser. Und die 6 ist deutlich dunkler und hat einen kühlen Unterton. Ich finde mit den Untertonen, das ist immer so ein bisschen schwierig, da den richtigen zu treffen. Wir schauen jetzt einmal bei mir, was bei mir am besten passt. Ihr könnt mehrere Foundations miteinander kombinieren. Bei mir ist es Tatsache aber wirklich die 4, die am besten passt. Also eine Foundation mit neutralem Unterton, was ich ganz gerne gleichsetze mit so ein bisschen kühleren Untertonen, weil ich an vielen Stellen auch an meinem Hals eher Rötungen habe. Und ich möchte, dass es ein bisschen einheitlicher aussieht. Hier habt ihr einmal alle Farben auf der Haut. Ihr seht wirklich einen Unterschied. Aber was ihr machen könnt, ist, ihr könnt mit Pigmenten die Foundation-Farbe anpassen. Ich nehme mir jetzt mal hier die 6. Dort könnt ihr es am aller allerbesten sehen. Ihr seht hier schon, die ist natürlich jetzt recht dunkel. Was ihr machen könnt, ist, ihr könnt mit blauen Pigmenten die Foundation noch ein Stückchen kühler machen. Ihr könnt einen Lidschatten nehmen, ihr könnt ein Pigment nehmen und das Ganze ganz leicht kühler machen. So, seht ihr einmal alle Foundation-Farben der Neo Makeup Intense Serum Foundation. Ihr habt wirklich verschiedene Untertöne. Die trocknen auch gleich noch so ein bisschen an. Sie oxidieren aber nicht stark. Also es wird sich kaum was an der Farbe verändern. Und im Farbverlauf seht ihr, dass das Ganze wirklich unterschiedlich gemacht ist. Ich glaube, die meisten von euch werden hier in diesem Bereich sein. Ich gehe tatsache immer mit der 4. Sie passt bei mir am besten. Und falls sie mir ein bisschen zu hell ist, weil ich so wie jetzt gerade Self-Tent drauf habe, kann ich sie auch ein Stückchen mischen. Das Schöne bei der Intense Serum Foundation ist, das ist anders bei vielen anderen Foundations, wo die helle Farbe eine andere Formulierung hat als eine dunkle Farbe. Ihr könnt die Foundations perfekt miteinander mischen. Wenn ich jetzt beispielsweise hier alles zusammen mische, kriege ich nochmal eine ganz, ganz andere Farbe hin. Das funktioniert. Sucht euch am besten zwei aus, die vielleicht ein Stückchen zu hell und ein Stückchen zu dunkel sind. Und so könnt ihr das Ganze machen. Das ist bei der Neo Make-Up Foundation, weil sie ja auch nicht so teuer ist. Ich vergleiche sie immer ganz gerne preislich mit einer guten Drogerie-Foundation. Ist das super möglich. Im High-End-Bereich bleibt dran. Habe ich gleich einen Trick für euch. Aber auch der funktioniert hier. Dafür braucht ihr nur ein Handy. Ich gehe wie immer mit der 4, das ist meine liebste Foundation, ihr seht, sie ist ja auch schon wirklich gut aufgebraucht, und gebe mir da so einen schönen Klecks auf meine Haut. Das ist auf meiner Hand. Das ist jetzt wirklich viel. So viel brauche ich auch gar nicht. Es gibt nämlich jetzt neue Pinsel. Ich zeige sie euch hier einmal. Wir haben einen Kabuki-Brush, der perfekt fürs Puder ist. Wir haben einen Kontur-Brush, den liebe ich und damit zeige ich euch gleich noch was. Und wir haben auch feinere Puderpinsel, die auch perfekt sind, um Foundations einzuarbeiten. Ich möchte die Foundation heute aber mit dem neuen Schwamm einarbeiten. Der hat nämlich Bambuspuder mit drin und sorgt nochmal dafür, dass die Textur der Haut noch ein bisschen verfeinert wird. Große, große Empfehlung. Und ich nehme mir ein bisschen was in meinen Schwamm. Dadurch kriege ich eine leichtere Deckkraft. Ich finde, viele denken immer, dass man mit dem Schwamm die höchste Deckkraft kriegt. Das kriegst du mit dem Pinsel. Der Pinsel saugt nämlich nichts auf. Der Schwamm nimmt überschüssiges Produkt ab. Und jetzt schaut mal, wie perfekt die Farbe passt. Das Ziel ist es, ich weiß, wenn man sich ein paar Videos vor ein paar Jahren von mir anschaut, hatte ich auch riesengroße Probleme mit Foundations. Aber ich hoffe, dass das Swatchen euch einmal hilft. Das Ziel ist es, dass man wirklich keinen Unterschied sieht. Mein Vorteil ist es, dass ich den Bart habe und das so einen optischen Bruch zu meinem Hals macht. Ich gehe trotzdem aber immer mit dem Rest des Schwammes über meine Ohren. Vergesst bitte nicht eure Ohren und vor allen Dingen hier dieses kleine Ding, die Falte hier, einfach so ein bisschen lang arbeiten. Und dann sieht man keinen Unterschied mehr. Die Foundation soll nur so aussehen wie eure Haut, aber besser. Und das schaffe ich bei mir mit der 4. Der Schwamm sorgt dafür, dass die Foundation sehr gleichmäßig eingearbeitet wird und niemals zu viel an einer Stelle ist. Ihr habt eine sehr schöne Rundung und ihr habt eine flache Seite, mit der ihr auch gut präzise arbeiten könnt. Der Schwamm ist wirklich eine große Empfehlung, auch die Pinsel. Aber da zeige ich euch gleich, wie ihr die meiste Deckkraft haben könnt. Es gibt nämlich auch so einen klassischen Foundation Brush. Und der ist sehr, sehr festgebunden und sehr, sehr flach. Und was ich damit mache, ist, ich nehme das Produkt auf und kann es auf die Haut direkt bringen. Der Pinsel nimmt kein Produkt auf, sondern er gibt es gleichmäßig wieder ab. Und ihr seht es, wie viel mehr Deckkraft ich mit diesem Pinsel auf meine Haut kriege. Ihr könnt das entweder damit dann auch einarbeiten. Ihr könnt eure Finger nehmen oder ihr geht dann im Anschluss mit dem Schwamm rüber. Und könnt so nochmal ein bisschen mit der Deckkraft spielen. Also wenn ihr wirklich überlegt, okay, ihr habt vielleicht hier so ein paar Rötungen, die ihr abdecken wollt. Nehmt einen Pinsel, geht erst mit dem Pinsel auf die Stelle, arbeitet es richtig schön in die Haut ein. Und erst dann mit dem Schwamm. Ich mache mal meine Base und zeige euch dann gleich, wie ihr online auch die richtige Farbe auswählt. In den meisten Fällen kauft man online eine zu dunkle Foundation. Das passiert sehr, sehr, sehr oft. Und das ist gar kein Problem. Ihr könnt dann einfach mit einem weißen Pigment die Foundation deutlich heller machen. Auch das zeige ich euch nochmal anhand der Nummer 6. Ich mache noch einen Vergleichsstreifen nebendran. Und nehme einfach ein weißes Pigment. Das findet ihr im Internet. Oder ihr nehmt ein Concealer, der heller ist. Das sorgt dafür, dass die Textur noch ein bisschen satter wird. Aber schaut mal. Mit ein bisschen weißem Pigment. Ihr könnt auch einen weißen Lidschatten benutzen. Habt ihr einfach nochmal eine ganz andere Farbe. Und ihr könnt unterton-technisch da noch so ein bisschen was machen. Was ich sehr gerne mache ist, ich nehme manchmal auch einen Blush und gebe mir den da mit rein. Nur einen ganz kleinen Klecks. Mische das mit rein und kriege nochmal einen viel, viel rosanen Unterton, der fast sogar noch ein Stückchen besser passt. Also probiert mit so kleinen Tipps und Tricks das Ganze anzupassen. Base sieht richtig, richtig schön aus. Ich liebe die Foundation. Die hält den ganzen Tag. Ich muss sie auch gar nicht unbedingt abpudern. Der 6er Pinsel, den wollte ich euch aber noch zeigen, der ist sehr, 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 sehr gut. Damit kann ich nämlich super präzise Contouring auftragen. Direkt hier unter meinen Wangenknochen. Und dann drehe ich den Pinsel und diffuse den so ein bisschen aus. Erst nehme ich ihn horizontal und dann drehe ich ihn langsam in die Vertikale und habe einen richtig schön konturierten Look. Genauso wie für die Nase. Der ist richtig, richtig schön flach. Und ihr könnt das Ganze so ein bisschen anpassen. Ich habe euch auch bei Instagram ein Video gemacht. Da könnt ihr gerne einmal vorbeischauen. Da habe ich euch gezeigt, wie ihr mit helleren Produkten oder dunkleren Produkten das Ganze noch ein bisschen passender machen könnt. Ich finalisiere einmal ganz kurz mein Make-up und dann sehen wir uns gleich wieder. Eine kleine Empfehlung habe ich für euch auch noch. Wenn ihr einen Concealer oder eine Foundation habt, die euch wirklich bei weitem zu hell ist, nutzt sie einfach als Blush. Dafür nehme ich eine ganz, 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 ganz kleine Menge des Concealers oder der Foundation, je nachdem was ihr habt. Und ein Liquid Lipstick. Davon nehme ich einfach nur eine ganz, 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 ganz kleine Menge und mische den in den Concealer. Das Schöne ist, der Concealer hat diese Skincare Benefits mit drin. Und er passt dadurch viel, 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 viel besser zu eurer Haut. Ihr habt so einen zarten Ton, nicht so einen intensiven Ton. Ich nutze ja oft Lippenstifte, Liquid Lipsticks, verschiedene Produkte für die Lippen auf den Wangen. In Kombination mit einer Foundation habt ihr aber noch mal eine ganz, ganz andere Textur. Viel, viel cremiger, viel, viel einfacher, sie einzuarbeiten. Und dafür nehme ich den Pencil Nummer 16 und kann das Ganze hier schön auftupfen. Ihr habt einen etwas pastelligeren Ton, der viel, viel natürlicher aussieht. Okay, Freunde, und jetzt kommen wir zu dem Hack überhaupt. Ihr braucht euer Handy und ihr braucht Instagram. Ich zeige euch das jetzt hier im Studio exemplarisch. Probiert es aus, es wird euch wirklich helfen. Ich starte hier einmal kurz meine Bildschirmaufnahme bei Instagram. Und ihr geht, nehmt euer Handy und ihr geht in die Story-Funktion. Und jetzt macht ihr am besten draußen, im Tageslicht, nicht in der direkten Sonne, sondern wirklich vor einer neutralen Wand, so wie ich, Fotos von eurem Gesicht. Und speichert diese. Das macht ihr bei Instagram. Ihr könnt natürlich auch eine andere Foto-App benutzen, je nachdem, was ihr habt. Aber das ist wirklich die einfachste Möglichkeit. Wir machen noch ein paar. Vielleicht hier von meinem Hals. Speichern. Ich habe jetzt eine Foundation drauf, deswegen nur exemplarisch. Macht das ungeschminkt, im indirekten Licht, im Tageslicht. So habt ihr den besten Treffer. Und ich mache auch noch mal eine von meinem Hals und habe drei Fotos gemacht. Und jetzt ist es ganz, 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 ganz wichtig. Ihr nehmt euer Handy, wählt ein Foto davon aus. Und jetzt gibt es oben diese drei Punkte. Zeichnen. Unten die Pipette nehmen. Und jetzt sucht ihr mit diesem Pipetten-Tool die Stelle eures Gesichtes, die am häufigsten vertreten ist. Das ist ein bisschen Übung. Bei mir ist es tatsache so ein bisschen dieser Bereich, würde ich fast sagen, um die Nase herum. Nicht direkt auf der Stirn, nicht direkt auf den Wagenknochen, aber auch nicht direkt unter den Augen. Das ist nochmal eine andere Farbe. Ihr habt die Farbe ausgewählt. Und jetzt haltet ihr lange gedrückt. Fertig. Speichern. Und das machen wir mit allen drei Fotos. Zeichnen. Wir wählen die Pipette aus. Ich nehme jetzt nochmal hier ungefähr den Hals. Ja, kommt hin. Fertig. Speichern. Pipette auswählen. Jetzt nehmen wir mal hier die Stirn. Auswählen. Speichern. Das sind jetzt drei ähnliche Farben, hoffentlich. Aber wenn ihr draußen seid, ist es ein bisschen einheitlicher als mit Studiobeleuchtung. So. Jetzt seht ihr hier, schaut mal, drei verschiedene Farben auf dem Display. Und die braucht ihr jetzt. Das ist nämlich ganz, 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 ganz wichtig. Und das funktioniert so, so gut. Ihr könnt damit schon so ein bisschen den Unterton bestimmen. Also ich sehe jetzt hier, wie auch vorhin gesehen, es ist eher ein bisschen Roséfarben. Es ist eher ein bisschen gelblicher. Wenn ihr ganz krass seid, nehmt ihr eine Fotobearbeitungs-App und mischt die Farben miteinander. Ist aber viel zu viel. Und jetzt gehen wir auf die Neonel-Webseite und schauen einmal hier bei Make-up. Dort könnt ihr auf alle Produkte gehen. Und jetzt nehmen wir mal die Foundation. Bei manchen Online-Shops habt ihr auch diese kleinen Felder, die sagen, welche Farbe ihr habt. Die die Farbe so ein bisschen grob darstellen. Vergleicht das vielleicht auch mit Swatches, weil meistens diese Fältchen computergeneriert sind und nicht manuell gemacht sind. Bei diesen Texturswatches funktioniert das aber immer ganz gut. Und jetzt nehmt ihr einfach diesen Shade-Finder. Und da seht ihr schon, dass ihr drei verschiedene Farben habt. Das funktioniert. Je größer diese Flächen sind, desto besser. Und jetzt wähle ich einfach nochmal diese Farben aus. Die habe ich schon hier gehabt. Jetzt nehme ich nochmal diese hier und diese hier und kann feststellen, dass mein Unterton deutlich roséfarbener ist. Und hier am besten zu den Rosé-Untertönen passt. Wenn ihr diese kleinen Felder habt, wenn ihr shoppen geht, da habt ihr diese kleinen Foundation-Felder und dort einen Screenshot macht, dann könnt ihr das Ganze auch damit vergleichen. Aber probiert es wirklich über die Instagram-App mit diesem Pipetten-Tool schon mal eure Grundfarbe herauszufinden im direkten Tageslicht draußen. Das hilft sehr, 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 sehr gut online die richtige Farbe zu finden. Das sind so ein bisschen meine Tipps. Schaut euch an, welchen Unterton ihr habt. Nutzt dafür euer Handy. Ihr könnt damit auch oft schon die richtige Farbe treffen. Probiert eure Foundations zu mischen mit einer Foundation, die ihr vielleicht schon zu Hause habt. Oder ihr kauft nochmal eine deutlich hellere oder deutlich dunklere und könnt das Ganze dann auch rund ums Jahr anpassen. Nutzt Pigmente, helle Pigmente, weiße Pigmente, weiße Lidschatten, um eine Foundation heller zu machen. Blaue Pigmente, um sie so ein bisschen abzukühlen. Rote Pigmente, wie vielleicht auch einfach ein Liquid Lipstick, um das Ganze ein bisschen wärmer und ein bisschen rötlicher zu machen. Und probiert euch einfach so ein bisschen aus. Schaut unbedingt bei Neo Make-Up vorbei. Ich verlinke euch unten einmal alles. Das sind wirklich super, super gute Produkte. Ich verlinke euch auch nochmal zwei Videos, die ihr vielleicht verpasst habt über die Produkte. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.